Es gibt kein Geheimnis. Die Dinge, die ich tue, tue ich, weil es mir Spaß macht. Weil ich sie tun will. Wahnvorstellung, Paranoia! Wahnvorstellung, Paranoia, dein Hauptprozessor ist vollkommen im Arsch. Dann hat deine Formationslosen verstopfen, Wahnvorstellung. Wahnvorstellung, Paranoia, dein Hauptprozessor ist vollkommen im Arsch. Schließlich wurden staatliche Isolationslager eingerichtet. Für diejenigen, die man dorthin brachte, war es gleichbedeutend mit der Todesstrafe. Wahnvorstellung, Paranoia! Wahnvorstellung, Paranoia, dein Hauptprozessor ist vollkommen im Arsch. Untertitelung des ZDF, 2020 Schließlich wurden staatliche Isolationslager eingerichtet. Schließlich wurden staatliche Isolationslager eingerichtet.